Das einzige, was wir probieren uns daran zu halten, ist ein Thema. Ich würde einfach gerne von euch wissen, was habt ihr gefrühstückt heute Morgen? Because das, was im Körper ist, wollen wir wieder abgeben. Just dance it away, what is in you. Und jetzt probieren wir einfach mal, das Frühstück, das wir gegessen haben, zu tanzen. Kommst du, äh, Daniel, Anteklin, ich tanze mit, und jeder macht sein Frühstück. Close your eyes. Okay, it's coffee, milk, bread with cheese. Okay, it's time to be. Und ich schreie noch einmal, Daniel, wenn du so dicht an die Körbe bist von Jacqueline, how can she move? Ich muss aufs Klo. Okay, dann go auf die Toilette. Und don't come back. Doch. Nein, du brauchst nicht zurückzukommen. Wann ich jetzt einmal das unterbrechen muss, dann kann sie alleine danzen. Das ist, nein. Brauchst du nicht, kannst du auf die Toilette gehen, and dann kannst du gehen. Warum? Du kriegst ein Videocassette von allem, was wir hier gemacht haben, gerade jetzt. So, just... Was ich gesagt habe, ist, dass wir die Frühstück einfach wegtanzen. Dass wir haben begonnen, und nun, wir wollen, eine zweite Möglichkeit ist, dass wir nicht nur etwas weggeben, auch aufnehmen. Und zwar eine gute, ein Lunch. Ein guter Mittagessen. Ich habe mal eine Frage noch kurz. Ist es eigentlich möglich, dass man sich das so reintanzen kann, dass man denkt, man hat es gegessen? Dass man dann satt ist, kann man sich so, die Körper so... Ich weiß nicht, wie man das sagt. Ja? Das ist, was wir tun. Das ist, was wir tun. Banan, you touched the hand. Du musst deinen Kopf anfassen, und so. Und vielleicht einfach eure Eindrucken bis jetzt, wo wir eigentlich schon eine gewisse Zeit gearbeitet haben. Also ich bin nicht bewerstet. Ich würde es auf keinen Fall irgendwie, wenn das nicht irgendwie noch anders wäre, im Laufe des Tages. Wie es aufgezogen wird, teilweise lachen, schreien, darblärend. Ich kann das nicht vertragen. Die ganze Woche habe ich Stress und schreien alle Leute, jetzt schreierst du auch noch. Also das ist mir zu stressig. Weißt du, was ich mir jetzt erzählt habe? Ich komme mir vor, den verstehen Sie Spaß, dass du da hart bekehrt gelingt wirst, die was irgendwann heißt, dass du da bist. Ich liebe es dir und danke dir.